Spiele mal die so wie die ich vorher noch nie gespielt habe. Kale? Ich... ist eher... männlich. Was männlich? Kommt mir mal so vor. Sei Champion! Wir kommen in der Heulen ins Gefecht! Kommt mir mal so vor. Wieso? Jetzt siehst du aus, ich habe keine blonde lange Haare, aber... Naja, hat eine Frau keine blonde lange Haare? Ja, meine... Voll... Ja, was... Naja... Naja... Ich meine... Naja... Trink mal noch ein... Trink mal noch ein Bier. Ja... Jetzt voll auf AD, Mann. Führt mich in die Schlacht! Wohl denke ich... Quatsch ist jetzt... Naja... Auf AD 10... Ja, seitdem sie es neu gemacht haben, ist das eigentlich scheiße. Ausmaßengst du was? Das 향 geometrischen! Naón... Heftig! Das neufig kann... Ich glaub irgendwas so hybrid oder so. Alter. Kannste ta.... Ja, ich bin recht weich Alter, schmier Warte, ich nehme noch Scheiße, ich sage auch wo Die macht da kaum, äh Heilung Ja, das ist halt für mehrere Leute, die Heilung Das ist halt nicht so krass, dass wenn du So ein Sona-Heilung dann hast oder so Verterrückt, du Du hast ja nicht so Aber mein, das ist halt auch nicht so besonders Warte, nimm Warte Alter, Mana-Heilung schnell weg So, guck mal, die ersten Items Fickste Kurve und Mana-Heilung Und dann sind so ein Scheiß Boah, der Wahnsinn Der Crew Aber noch keine Fähigkeitstärke Das ist vollass, ich kann immer nicht zählen auf dich so Wirklich Bist du im Warnet liegt? Äh? Weil du so besoffen bist Nee Nee, die zieht ja nicht selbst Also die zieht ja Die zieht ja selbst Ich darf ja nicht beeinflussen So Bricom 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 Was ist mein Ulti? Das kriegt Diven ohne Ende Wann noch mal pass auf jetzt kommt da BÄM Alter Schwede was er macht oh erkennt man was wo kommt denn diese weißt du was ich meine ja was du meinst doch na die von den Auge die medikits hier weiter die sind schon die ganze Zeit da so Drei Hufen ist abmildmann feierst du mal genau wer ist als nächstes da hab ich schon mal whatsapp zu müssen oh okay wir tanzen ja hast du das etwa nicht geantwortet oder was ja so ach ach so führst mich in die schlapp boah jetzt kommt ein geätschiffet ja wohl eigentlich ja nicht geätschiffet das geätschiffet echt als 行 h hee 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 schädig im einkauf und items eck bau reit hat macht sie nicht noch mal hier ist es irgendwie Luft Tempo wer ist als nächstes hat er die auf den Sack alle Gretz sagt die ganze Zeit ja hat er hiervon nicht noch nicht Noch nicht Was? Also ich Alles klar, ich nix 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 Mal ein Koffer Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt verhört habe Oder ich hab irgendwie so noch nicht gehört Irgendwie von dir Ja, warte ab Bis erst mal, dann musst du ein Koffer Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt Ich weiß nicht, ob ich passiv sehe Wer ist als nächstes dran? Ich weiß nicht, ob ich passiv sehe Verkackt Ah ah Auge um Auge Kann mein Kuhskull geben, mach vor mir Feier's Versuch das nochmal Angst haben wir schon, ja? So weit ist es schon gekommen Wieso? Versteckst du im Busch? Das wisst du doch nicht Doch, kann ich sehen Kann ich mich grad zurück gehen Äh, bis gleich Doch, hier bin ich Boah Heftig Yep Stirb Komm Ich weiß nicht Ich weiß nicht Aber ich muss vielleicht Ich muss mich noch Ich muss mich noch Ich muss mich noch Aufmerksamkeit 4 lauftömer nach russisch das kugel Nein. Auf ins Gefecht! Vielleicht ist das so krass auch, da gibt es einen Fallversamm. Spürst du das, man? Spürst du diese Macht? Oh, komm, Kuh! Kuh, 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 Kuh! Ach, Mist. Yeah, baby. Kade. Nicht mehr sturmst. So, warte. Ignite. Ach, ich weiß. Ich hab noch ulti. So, was schmerzt? Ja, ja. Schon, ja. Nur 7 Sekunden abklingst du halt nicht. Ach, geh mal sterben. Kann mit sonst nichts zu tun. Ach, Mann, höher drauf. Nein, 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 das ist so toll. Ich das noch, dann krieg ich das. Ne. Auge um Auge. Ah, nein, ich heilig mich halt auch. Führt mich in die Schlacht. Ich hab' jetzt nicht mehr zuhört. Ich hab' jetzt nicht mehr zuhört. Du stinkst. Nein. Einmal weg. Wissen wir? Wissen wir? Wissen wir? Wissen wir? Oh Mann, ewig cool. Hauen wir. Da braucht mehr Luft. Auf ins Gefecht! Das lohnt mal nicht. Mal weg. Scheiße. Das kann mal stunzen, was das? Kam der Stunt zur richtigen Zeit an. Ach ne, ich wollt ja mal... Lass uns auf ihrem loslegen. Komm schon auf mit! Das ist ein Moment! Däut aus. Oh, was das? Der Gegner hat einen Trink zerstört. Auge und Auge. Alter. Warten. Irgendwo sieht man. Jetzt bin ich sauer. Egal. Er ist mit. Und jetzt. Wir legen uns darum hin. Das habe ich. Eine Zeit Des Spektral Geistes. Christoph. Das ist ja eh mein, dass du schon sehen kannst. Das ist meine... Detektivfähigkeit. Ah, f*** dich! Nichts, kannst du. Doch, der Tor hier kommt. Da nach hinten ein Hibitor. Oh, kein Krieg mehr. Okay, wer da ist. Komm noch. Bäm, Alter. Ach. Weg mit. Mit mir. Boah, boah, boah. Unfassbar. Ist das ein Ge-Strophe, oder? Äh. So. Nice. Das hat aber Angst. Will? Ich hab's ja nicht für überpasst. Haha, wot'n los? Ach. Ich bin grad zu, äh... Naja. Naja. Wutzig. Ah, ja, ja. Da gibt's... Du bist schon ja kein Ausreden mehr, wa? Das ist wie Hulk. Wenn du jetzt gleich und dann... Das ist nicht. Nochmal schon, frage mich wirklich, wer von uns besoffen ist. Du. Ich steh die Frage nicht. Naja. So wie du spielst, da kannst du nur besoffen sein. Naja. Witzig. Völlig... Höhlenlos. Ach... Komm, los, mal. Sona macht dich fertig. Hallo, Sona. Ja. Tau an-102 ist gleich down. Ah ja, dann klingelt der Wecker. Ohren. Ohren. Krieg's eh nicht. Warte, bitte gerne. Wahnsinn. Da rennt die Pfeife. Nimm ich. Nice. Mach doch. Beschlossen, Mike. Bald ist rund. Ja. Mach doch. Auf ins Gefecht. Bist du tot? 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 Wer ist als nächstes dran? Bist du tot? 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 Alter, die Ferne. Du? Ich kann mich nicht aufklicken, da ist das. Oh, da. Okay. Oh. 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 Yeah, baby. Alter, diese... Alter, nee, die ist nicht. Warten. Äh, die... Deine Zunschel... Wenn du mich schlägst, dann bist du so schnell da an mir dran, so wie ne Kette. Kappel hoch. Dicks hier. Äh... Na, stärkere Dreimischkeit. Kann ja manchmal slowen, wenn es beim Schlafen. Ach jo. Oh. Nachkommen. Ja. Ja. Dann mach mal. Dann greife ich an. Ich vernichte dich. Alles klar. Jetzt hast du keinen Ordnung mehr. Wo du wegrennen kannst. Es ist vorbei. Jetzt kommt dein Untergang. Wer ist als nächstes dran? Ja. 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 Achst du doch so hässlich, Alter. Na ja, das musst du sein. Das wäre cool, Hülsen. Mein wäre jetzt hoch 10. Okay, mal werde ich da. Oh! 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 Gleich kommt da! Ach, lächerlich. Überall macht dich kalt! Ach so, Falter. Na komm, gib auf. 20 Minuten und vorbei. Akzeptiere deine Niederlage. Dein Versagen. Dein Unvermögen. Da ja, Sona. Ich sag mal, nur Sona. Was denn? Ich wollte nicht sagen. Äh, hallo? Kann ich noch machen? Ich weiß nicht. Skillbeweise noch nicht besuchen. Äh, Heike schon, Leute. Reicht der hinten mal? Ja, komm hier. Taric und so. Hier, Sona, Skill. Bam! Skill in your face, Mann! Was ist das übersteckt? Oh, Wahnsinn, ich nicht. Ich sterbe. Ja. Ja, 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 ja. Wer hat jemand? Ich gehe schon. Ne, mit Taric. Ja, immer. Danach hätt ich es mir auch vernichtet. Ja... Verwandelt für Champions League. Ganz vorne. So ist das manchmal. Du hast mit Esperaji gewonnen. Ja, meinetwegen. Ich spiele gleich mal Call of Duty. Zeig dir was Skill bedeutet.